Also, wir haben heute was zu feiern und zwar haben wir heute die 10.000 Abonnenten bei YouTube geknackt. Deswegen ist auch Timo dabei heute, der normalerweise die Videos produziert hinter der Kamera. Ich sage dem Timo vielen Dank und wir sagen vor allem auch euch vielen Dank. Und damit nicht nur wir heute feiern, sondern auch ihr was zum Feiern habt, gibt es auch was zu gewinnen. Genau, wenn euch unsere YouTube-Videos gefallen, dann wird euch sicher jetzt auch dieses Gewinnspiel gefallen. Denn wir haben für euch nicht nur unseren YouTube-Kanal, sondern auch die Bürokässe in Akademie. Was ist das? Das ist unsere eLearning-Plattform, auf der ihr in 12 aufeinander aufbauenden Videokursen alles rund um Microsoft 365 erfahrt. Dazu gibt es ein hilfreiches Forum, in dem wir all eure Fragen beantworten. Ganz genau. Und diese Akademie gibt es für euch jetzt 10 Mal zu gewinnen. Wir legen noch 10 Bücher oben drauf, vom neuen Buch. Erfolgreich digital zusammenarbeiten. Also 10 Mal Akademie plus 10 Bücher. Wie geht das Ganze? Auf den Link hier oben klicken, eintragen und dann ziehen wir in 5 Tagen die 10 Gewinner. Wir drücken euch Daumen beim Verlosen und sagen nochmal vielen, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 게요.